Musik Hey Leute und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Runde CSS. Mit dabei ist der liebe Selfarus. Hallöchen. Ähm, ich darf mich einmal kurz vorab sagen, ich bin jetzt hier in den Antiterroristen. Das ist eigentlich voll gar nicht so mein Spielmodus, aber weil wir halt aufnehmen wollten und Terroristen halt voll waren, bin ich jetzt hier in der Anti drinne. Jetzt sind wir Feinde, du. Ja, merke ich schon. Ja, bei mir nochmal kurz dazu gesagt, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Naja, wir haben schon ein bisschen angespielt, ne? Aber ja, allgemein jetzt heute spiele ich das erste Mal. Ja, ja, bestimmt. Ähm, deswegen. Oh, fuck. Es ist ungewohnt auf meine Leute zu schießen. Ja, auf deine Leute? Ja, ich hab grad auf meine Leute gezockt. Äh, schloss nicht, ich hab dich gekillt. Es tut mir leid. War nicht beabsichtigt. Ja, 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 das merk ich mir alles noch. Glaub mal. Okay. Muss mich aber nicht killen dafür. Aua. Stirb doch mal ein bisschen, bitte. Aber nur so ein bisschen halt, ne? Oh, ich hab zwei Waffen. Hey, lol. Voll Headshot gegeben, diese eine Typie. Oh, okay. Ich sollte nicht so weit vorstopfen. Ich bekomm euch schon platt. Ach du Kacke. Voll so im Sprung grad abfeuert. Ähm, ja. Ihr Camp... Äh, was heißt Camps? Ihr belagert uns aber auch schon ein bisschen, ne? Ein bisschen. Oh, du... Was denn? Du hast mich... Ich glaub, du hast mich gekillt, ey. Ich krieg das eigentlich gar nicht mit, immer von den Namen her. Wenig gelungen oder wenig. Ja, ich hab das eben nur auch bei dir aus Versingen gesehen. Leute, wolltet ihr eine mich messern? Von euch. Boah, ich hab dich immer angekriegt. Sag mal, was mich mal ein bisschen wundert. Gab's hier irgendwie ein Update? Oder ich hab noch nie drauf geachtet, dass wenn ich jemanden... Da warst du gerade. Ähm, töte. Dass entweder hier der Kopf wegfliegt oder sonst hier hinten das hintere Teil. Ähm, wie heißt das? Äh, wir sind gleich gut. Ja! Ne, fast, ne? Ich bin noch einen über dir. Auch bei den Gegnern. Ja, du warst aber von den Punkten her gleich. Mhm. Hm, von den Geeknax. Okay, jetzt aber Terroristen. Danke! Jo, Terror. Terroristen. Mit hier runter, bitte. Danke. Leute, Terroristen auch, genau. So. Dann. Ach, schön, dass die sich da alle so einfach so zustellen. Ja, ne? Die Map ist auch so verdammt klein. Ja, aber größer als die, die wir eigentlich... Ja, die war ganz lustig. Oh Gott, war die... Naja, gut. Doch, ich war die ganz lustig. Mal. Mal kann man das mal machen. Ja, also nicht immer, bloß nicht. Aber solche kleinen Maps sind eigentlich echt schon ein bisschen komisch. Boah, ein bisschen. Hi. Ach, hier oben auch lang, oder was? Hm. Oh Gott, ich bin tot. Fort dahin. Sofort, die kommen hier sonst gleich reingestimmt. Ei. Willst du hier die Stelle? Oh, Leute, jetzt nicht mehr. Kaum bist du da, werde ich getötet. Tut mir leid. Ja, 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 ja. Merk ich mir. Stirb doch mal bitte. Was ist denn los hier heute mit denen? Oha. Gerade aus der Tür raus. Ich komme bei denen gerade von hinten. Was ist denn Monsterkill? Monsterkill? Äh, wenn du einen Monster gekillt hast. Ach so, ja gut. Ist neu für mich. Ja, okay. Ja, Mann. Ich hab dich überholt. Ich bin quasi die Strecke gegangen, die wir eben, die ich immer versucht hab, eben zu gehen. Und bin einfach von hinten an dir herangestimmt. Hab alle von hinten gekillt. Haha, ah, geil. Ja, die kriegen das auch nicht mit, meistens, was hinter einem läuft. Aber würde ich nebenbei auch nicht. So, das hab ich mir auch gesehen. Ach, fuck. Ja, gut. Äh. Ach, guck mal, da ist wieder die... ...Niggi. Ach, fuck. Ränder aber auch immer nur rein, ne? Oh, oh, oh. Immer nur, wenn ich grad mal durchkomme, dann... ...dann läuft's gut. Ich muss erstmal einmal durchkommen. Oh. Nein. Oh, ich dachte, ich kann mich grad in der Ecke verstecken. Oh, lol. Noch ein Kühl gemacht. Ach, das ist eine Proz. Oh, komm schon. Versteckt ihr sich denn hier? Das hat mich wahrscheinlich hier zu an den anderen gebühlt, ey. Ich töte die ganze Zeit keinen. Ah, Sniper gekillt. Ach, die ganze Zeit nur Kills, gerade. Haben wir uns, glaub ich, vom Skill her abgetauscht, ein bisschen, ne? Ja, merke ich gerade. Was denn los hier mit mir? Oh, Mann. Wird dann immer von hinten oder von unten irgendwie abgeknallt. Oh, lol. Was ist das? Ich hab grad irgendwas kaputt gemacht. Oh, mein Gott. Yo, Sniper. Sag mal, das gibt's ja doch nicht. Boah, die Map war scheiße, sie hat Schuld. Ja. Ne? Schäden. Immer. Was war das denn gerade? Also ich fand die ja eigentlich ganz schön. Ja, ja, ja. Man muss bloß einen Weg finden, die Gegner auszutricksen, weil die haben das gar nicht gereiht, dass man von hinten kommen kann, glaub ich. Haben irgendwie erst relativ, äh, zum Schluss, als ich die alle von hinten gekillt hab, haben sie alle gereiht. Ist aber schön angenehm. So. Okay, er ist da gekillt. Jo, hab auch einen Kill. Stumm. Nein, ist nicht. Nicht? Nee. Also der eine, der da gerade stand. Okay. Na also, jetzt geht's doch hier wieder. Oh, lol. Ist doch nur einer! Gib mir Headshot und ich sterbe. Ja, ich hab das gesehen. Ich dachte eben auch so, hä? Wo komm ich denn hier hin? Okay, das war ein Arschloch. Darf ich den so nennen? Ja, darfst du. Okay. Dann war das ein Arschloch. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich erkenne jetzt gerade hier erstmal. Ja, hab den, der mich gekillt hat, ob ich das gekillt. Hä? Ach, da stand der. Ja, man merkt, dass man nicht immer so schnell, ob jemand hinter einem ist, ne? Nee. Lol. Weißt du mal, man läuft, guckt, dann kann sich dann entscheiden. So, man hat so 50-50 Chance, entweder nach links oder nach rechts zu gucken, wenn man sich, wenn man irgendwo rausgeht, ne? Hm. Entweder du hast Glück, guckst in die richtige Richtung oder guckst, ja, hast Pech und guckst, wann das sind. Hä? Und wo denn? Ha! Ich hab gesehen, der eine kämpft da ganz behindert bei uns in so einer Ecke drum. Jo! Wahrscheinlich. Sehr schön. Aber ich mag diese Waffe hier nicht. Keine Ahnung, wie sie heißt. Boah. Passe, ist nur mit einer Pistole zu kämpfen. Ja. Jetzt hab ich zwei. Oh. Schön. Oh, ich bin im Moment Platz 1. Ja, ich hab's gesehen. Wie cool. Oh, an jemand vorbeigelaufen. Nur weil ich einen Screen machen wollte. Ja, das passiert dann mal. Ach, komm schon. Geht doch nicht. Lässt mir doch eine Chance, ich bin doch ein Noob. Aber eben gerade, weißt du? Noch besser als ich gewesen. Ja, das war ja auch Glück. Guck mal hier, da kämpft er. Na? Nein, das sag ich jetzt nicht. Immer lieb und nett sein. Auch bei so ein Spielen, ne? Das hatten wir ja schon mal. Dann ficken sie sich. Genau. Und ich fick dich. Aber ich hab auch so ein Spiel geklickt, wie hab ich das denn geschafft. Okay, auch, das darf drinnen hin. Wie? Ja, das weiß ich nicht, weil ich mag mich so gerne im Vollbild spielen. So, ich spiele eigentlich immer mehr im Fenstermode. Och, klaut der mir mein Kiel. Oder auch nicht. Den hab ich mir jetzt nämlich selbst hier wohl. Sehr schön, hast du toll gemacht. Jo. Voll. So, was denn jetzt los hier? Ach, so ne Kacke. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich gegen die Wand spiele. In die Wand. Ja. Ich komm nicht voran. Ich denke, jetzt von der Zeit her könnten wir das auch hier erst mal in die letzte Runde sein lassen, oder? Jo. Oh, leu. Was? Das hab ich gesehen. Hast du gesehen? Hast du das? Ja, hab ich gesehen, hab ich das. Ja, wie fies dieser komische Kerl gewesen ist. Tötet der mich einfach. So, jetzt hab ich ne Schrotz hier. Jetzt geht das auch schon schneller hier. Ach, war immer so ruhig? Ja, stille, äh. Konzentration. Ach du Kacke. Ich stand da voll in der Mitte. Oh, leu. Aber wie, wie schnell man sich hier eigentlich auch gegenseitig tötet, ne? Hm. Echt immer nur ein draufgeballer. Hab hier noch so, Mensch, ich lauf da einfach rein und töte alle. Ja, ich... ...wenn auch immer nur drauf und guck... Oh, blödkrabbiger war's. Nicht so der Stratege in Ego-Shooter. Also, zumindest nicht, wenn's ein Deal ist, wo ihn gekillt wird. Das gibt's nicht. Oh. Na also. Oh, Wort mit F, ey. Puh, und Fahrer. Fahrrad. Fahrrad. Ja, wie war das? Nenn mir ein Tier mit F. Vogel, nein, Pferd. Äh, äh. Oh, wie geil. Ja, das... Oder einer hat hier schon die Granate. Wenn jemanden töte, muss er nur noch Messern. Oh, ich mag die, äh, Automatik-Sporten. Die läuft schon sehr gerne. Und dann kommt diese Kack-Teile und... ...wat weiß ich. Verdrückt ihr den ganzen Spaß? Naja, okay, zum Ende hin bin ich Platz 4 geworden. So wie du eben gerade. Oh. Ach ja. Das ist aber Platz 1. Ja, davon hab ich noch ein Screen. Das wird mein Thumbnail. Ja, ich mach meine Thumbnails ja immer so, dass ich irgendwann, wenn das Video dann fertig ist, dann erstmal in das Video reingehe und gucke, was denn da schön aussieht. Oh, ich mach das so eigentlich ganz gerne. Joa. Na gut. Ähm, auf jeden Fall, schaut mal bei den lieben Sephoros vorbei. Das war die erste Runde mit dir bei CSS. Mhm. Und, ähm, ja, dann verabschiede ich mich, sag tschüss bei und bis zum nächsten Mal. Jo, bis dahin und guckt auch auf jeden Fall bei der Negi vorbei. werd ich nicht mehr für Able of you. Martin Luther gegenüber gute驚受vertretник. Und ich kann es dir auch um 1970 zu über deinen Feuerumo teleibr série therapy. Vielen Dank.